Hallo Leute, heute geht es um Urinstinkte, die unser Sozialverhalten noch steuern und die wir von unseren Urahnen vererbt haben. Und die drücken uns immer so unterschwellig in Richtung Diktatur. Es ist deswegen wichtig, die Mechanismen zu verstehen. Und die Wissenschaft hat da in letzter Zeit eine Menge herausbekommen. Zunächst einmal würde man ja denken, dass so tierisches Verhalten mit menschlichem Verhalten keine großen Übereinstimmungen hat, dass es da große Unterschiede gibt. Und doch gibt es recht erstaunliche Parallelen. Wir haben hier eine Winkerkrabbe, die hat eine riesige Schere, die hier vorne zu sehen ist. Und wäre die Schere noch ein bisschen größer, dann würde das Tier sterben, weil es einfach vorne überfallen würde. Aber das Tier braucht diese große Schere. Es kann damit nur winken, wie der Name schon sagt. Und es ist ein Männchen, was mit dieser Schere den Weibchen zuwinkt. Hätte es eine kleinere Schere, hätte es keine Chance, ein Weibchen zu finden. Denn die Weibchen wählen nur die Männchen aus mit den größten Scheren. In der vermutlichen Hoffnung, dass ein solches Männchen mit einer so großen Schere vermutlich sehr leistungsstark ist. Das ist natürlich absurd. Die Schere ist ja zu nichts anderes zu gebrauchen als zum Winken. Und so etwas würden wir Menschen ja nicht tun. Oder vielleicht doch. Wir haben hier diese Riesenautos, SUVs, die sind für den Transport eigentlich vollkommen überdimensioniert. Und häufig sitzt auch nur eine Person drin. Und sie dienen im Wesentlichen dem Imponieren, würde ich mal sagen. Oder hier dieser sehr stark ausufernde Rock. Er dient der Betonung der weiblichen Figur. Aber er ist auch schon so unpraktisch groß, dass man damit eigentlich kaum noch durch die Tür kommt. Also hier gewisse Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren. Hier haben wir eine Pavianherde. Und Paviane haben eine lineare Hierarchie zwischen den Männern. Das sind nur die männlichen Paviane. Es gibt den Oberpavian, den zweitobersten Pavian und unten dann den untersten Pavian. Die Paviane, die lausen sich gegenseitig. Und für gewöhnlich dürfen nur Paviane sich gegenseitig lausen, die in etwa auf derselben Rangstufe sind. Ab und zu geschieht es, dass der Oberpavian dem Unterpavian erlaubt, ihn zu lausen. Und dann sieht der Unterpavian zu, dass das in der Mitte vom Dorfplatz passiert. Und dass das alle anderen Paviane mitbekommen. Denn dann gewinnt er damit an Status. Das gibt es bei Menschen auch auf einer Party, der Smalltalk. Wenn da der Präsident plötzlich mit dem Angestellten redet, dann sieht der Angestellte auch zu, dass das alle mitkriegen. Denn es bedeutet für ihn ebenfalls einen Status gewinnen. Hier gibt es also allerhand Parallelen und man kann einiges lernen. Okay, das waren jetzt einzelne Beispiele. Das Wichtige ist aber das Sozialverhalten. Und da sind wir sehr gut drin. Denn in der Evolution gewinnt eigentlich nicht derjenige, der einzeln am stärksten ist, sondern der in der Gemeinschaft am stärksten ist. Zusammenarbeit ist die Erfolgsstory der Evolution. Nicht die Säbelzahntiger haben gewonnen, sondern unsere frühen Vorfahren, die Menschenaffen, die sich gemeinsam gegen den Säbelzahntiger wehren konnten. Die Sache mit der Zusammenarbeit hat ganz früh in der Evolution angefangen. Schon mal hier bei den Ameisen. Die haben zum Beispiel diesen ganz starken Trieb der vorderen Ameise zu folgen. Das ist bei der Nahrungssuche in der Umgebung des Nestes ausgesprochen sinnvoll. Aber wenn dieser Follower-Trieb, also dieser Folgetrieb, zu stark wird, wie hier bei diesen Wanderameisen, dann kann es passieren, wenn die erste Ameise aus Versehen im Kreis läuft, dass die Tiere nie wieder aus dem Kreis herausfinden. Das ist eine Todesspirale und bei einigen Sorten führt es dazu, dass die Tiere tatsächlich verhungern. Ja, also die meisten anderen Ameisensorten, die haben so Dissidenten drin. Das sind Ameisen, die plötzlich mal beschließen, ich folge nicht mehr, sondern ich biege links ab und dann bricht diese Todesspirale nach einiger Zeit auseinander. Das ist so ein Beispiel eigentlich, was zeigt, dass zwar dieses Gemeinschaftsarbeiten ganz gut ist, dass es aber auch gut ist, Dissidenten und Querdenker drin zu haben, die diese Kreisprozesse vielleicht irgendwann unterbrechen. Auch hier kann man was aus dem Tierreich lernen. Wir kommen jetzt zu dem etwas ernsteren Teil. Es gibt also Parallelen zwischen dem tierischen Verhalten und dem menschlichen Verhalten und es gibt drei Instinkte, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben und die auch heute noch aktiv sind. Und diese drei Instinkte treiben uns unmerklich immer wieder zurück in die Diktatur. Der eine Instinkt ist das Streben nach Hierarchie. Wir wollen immer dem Mitmenschen überlegen sein. Selbst in Kleinkindergruppen, bei denen man die Kinder gerade eben zusammengebracht hat, die kennen sich also nicht, bildet sich sofort eine Hierarchie aus. Es gibt so ein Chefkind oder zwei, die bestimmen, was gespielt wird und die anderen Kinder fragen diese Chefkinder dann, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes. Sofort bildet sich eine Hierarchie und natürlich in der Welt der Erwachsenen sind Hierarchien allgegenwärtig. Hierarchien sind aber etwas, was wir eigentlich von unseren tierischen Vorfahren geerbt haben. Und es ist etwas, ja, sagen wir mal, nicht ganz so Demokratisches. Dann gibt es noch eine erschreckende Sache, das ist diese Unterwerfung. Die Natur hat in Tierherden dafür gesorgt, dass Rangordnungskämpfe irgendwann abebben. Und das macht sie, indem Tiere, die also so Kämpfe verloren haben, die sind also unten in der Rangordnung, irgendwann ihre untergeordnete Stellung akzeptieren. Bei den Tieren ist das nur Hormonumstellung. Die werden plötzlich zu Losern, haben so ein unterwürfiges Verhalten und sind also sehr friedlich. Und das ist bei Tieren permanent. Man hat das jetzt aber auch bei Menschen gefunden. Hier haben wir Fußballfans, das sind alles Männer in diesem Fall, und da wurde der Testosteronlevel geprüft. Und wenn die Mannschaft dieser Fans verloren hatte, dann war der Testosteronlevel für einige Tage abgesenkt. Das hatte auch eine Verhaltensänderung dieser Fans zur Folge. Sie waren sehr viel ruhiger, weniger aggressiv und freundlicher. Zum Glück beim Menschen ist das nicht permanent, sondern irgendwann kommt es nach ein paar Tagen zu einer Normalisierung. Aber es ist doch ein Warnzeichen, dass auch dieser Instinkt von den Tieren beim Menschen zumindest rudimentär noch vorhanden ist. Ein dritter und auch sehr wichtiger Steuermechanismus von den Tieren ist die Kontrolle. Die Cheftiere wollen die untergeordneten Tiere kontrollieren. Man kann es auch Schikanieren nennen, das geht so weit, dass sie bestimmen, wann ihre Mitartgenossen fressen und was sie fressen. Und das gibt es eben auch im menschlichen Bereich. Es gibt immer diese Sucht zu kontrollieren. Man will kontrollieren, was der Mitbürger, was der andere Mensch tut, was er zum Beispiel für Kleidung trägt. Und es gibt in vielen Ideologien eben auch sogar Essvorschriften. Und diese Kontrolle wird durchgesetzt durch Angstszenarien. Angstszenarien, die Leute werden eingeschüchtert. Wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie die Ideologie es euch sagt, dann werdet ihr höllische Qualen erleiden. Wir haben ja ein Bild der Sinnflut und auch hier eben dieser Gedanke, wenn die Menschen nicht Wohlverhalten zeigen, dann werden sie fürchterlich bestraft werden. Also diese Einschüchterungsszenarien, Überflutung, Hitze und Hunger und ähnliche Dinge, um eine Ideologie durchzusetzen, die gab es schon immer und die wird es wohl immer weiter geben. Nur es ist etwas Animalisches. Hier nochmal eine Zusammenfassung dieser Instinkte, die auch unser Leben so stark beeinflussen. Zunächst mal eigentlich die gute Idee, wir wollen in einer Gemeinschaft leben. Wir wollen irgendwo zu Hause sein und das ist vernünftig, denn gemeinsam können wir sehr viel erfolgreicher sein. Und auch die Demokratie ist gut beraten, diesen Drang des Menschen irgendwo sich einer Gemeinschaft zuzuordnen und zu Hause zu sein, das zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen. Dann ist aber die Frage, welche Gemeinschaft? Und diese drei Untertriebe hier, die steuern immer in eine Diktatur, denn sie errichten automatisch eine hierarchische Gesellschaft. Das ist erstmal der Trieb nach Überlegenheit. Ich will meinem Menschen überlegen sein, nach Kontrolle. Ich will bestimmen, was er macht, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Und dann eben auch das Akzeptieren der Überlegenheit anderer, die Unterwerfung. In geradezu perfekter Weise sind diese Triebe von Hitler im Faschismus genutzt worden. Er hat die Gemeinschaft mit seinen Fackelzügen und seinen ganzen anderen Ritualen zelebriert und den Menschen ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt. Er hat ihnen die Überlegenheit vermittelt, das ist diese rassistische Aria-Ideologie, wir sind die besseren Menschen. Natürlich, wie in jeder Diktatur, wurde der einzelne Bürger total kontrolliert. Es gab haufenweise Vorschriften und Überwachung und das ist übrigens auch das Markenzeichen einer Diktatur. Der Bürger wird überwacht und er wird gezwungen, bestimmte Dinge zu tun. Das ist dann eine Diktatur und es ist ein Urtrieb. Und zum Schluss hier auch diese Unterwerfung. Die einzelnen Anhänger des Faschismus, die haben sich unterworfen und sind dem Führer gefolgt. Da haben wir also diese animalischen Triebe in geradezu perfekter Weise und man sieht, wenn man ihnen so viel Raum in der Gesellschaft einräumt, wo das hinführen kann. Es ist also sehr wichtig, die animalischen Instinkte, die wir geerbt haben, unter Kontrolle zu halten und sich überhaupt mal zu vergegenwärtigen, was da vor sich geht. Sie treiben uns immer in eine Diktatur, so unterschwellig. Eine Diktatur ist aber in einer modernen, globalisierten Welt nicht konkurrenzfähig. Man sieht es an den Staaten, die auch heute wieder in Diktaturen abkippen, die Menschen verarmen und die Gesellschaften zerfallen. Ganz anders die Demokratie. Sie macht uns erst zu wirklichen Menschen. Es ist eben keine animalische Gesellschaftsform, sondern eine höher entwickelte Gesellschaftsform. Jeder Einzelne genießt große Freiheiten. Es ist sehr gut für die Kreativität, für das kritische Denken. Und es ist dann eine dynamische Gesellschaft, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellen kann. Das Ganze hier ist also ein Plädoyer für die Demokratie als die höher entwickelte Staatsform, die uns als Gesellschaft erst wirklich zu Menschen macht. Ich habe diese Erkenntnisse der modernen Forschung aus ganz verschiedenen Fachgebieten hier in einem großen Bogen in diesem Buch, das Gesetz der Herde, das im September 2018 in der Schweiz im AT-Verlag erschienen ist, beschrieben. Das Buch ist also ein interdisziplinärer Brückenschlag. Es geht los ein bisschen mit kollektiven Phänomenen in der Physik. Da geht es um Schwärme von Atomen hin zu kollektiven Phänomenen in der Biologie. Das sind natürlich Verhaltensmuster von Tierschwärmen. Dann die Psychologie, also unsere Psyche des Menschen. Dann das gesellschaftliche Verhalten von menschlichen Gemeinschaften. Und natürlich zum Schluss die Politologie. Am Ende des Buches wird auch beschrieben, wo Populisten wirklich ihren Hebel ansetzen, nämlich genau bei diesen Instinkten und was man dagegen tun kann. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für's Zuschauen.